Herzlich Willkommen bei Donner und Reuschel in Bewegung. Dieses Mal das erste Mal auf dem Galopp-Derby-Gelände beim Derby-Meeting. Neben mir Maxime Peschur und Philipp mit dabei. Wir haben spannende Folgen im August für euch geplant. Was haben wir dabei, Philipp? Wir haben die Psychologie im Reitsport. Dann Balance von Pferd und Reiter. Und wie trainiert man überhaupt im Pferdesport? Also seid gespannt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.